Kinder und Jugendliche, die sehr belastet sind. Das kann jetzt häusliche Gewalt sein, sexualisierte Gewalt, selbstverletzendes Verhalten oder suizidale Gedanken. Auf jeden Fall eine sehr belastende Phase in ihrem Leben. Und die melden sich bei uns ganz anonym und niederschwellig und wir bieten einen Vertrauensraum an, in dem sie gesprochen oder im Chat einfach nur von ihren Sorgen erzählen dürfen. Ich bin die Theresa von der Kitzlein und von der Telefonseelsorge und ich mache Mut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017